Hallo, die Maggi-Fix-Tüte für Spaghetti Bolognese kennt wohl jeder. Ich mache auch gerne Spaghetti Bolognese nach dem Originalrezept. Das Rezept ist aus einem alten Kochbuch, es wird dem Originalrezept wohl sehr nahe kommen. Geschmacklich hat es aber nur recht wenig mit dem zu tun, was sich die meisten unter Bolognese vorstellen. Das Kochen dauert einige Stunden und man braucht recht viel Rotwein dafür. Meiner Erfahrung nach schmeckt den meisten Leuten die Maggi Bolognese Version besser. Zudem kommt noch dazu, dass viele Eltern Bedenken haben, wenn ein Gericht Unmengen von Alkohol beinhaltet. Hier peppe ich das Ganze ein wenig auf und bereite es in der Cook for Me Plus zu. Das Ganze dauert eigentlich nur Minuten. Man stellt die Cook for Me manuell auf Braten und die Butterschmalz in den Topf. Die In dem heißen Butterschmalz schwitzt man eine klein geschnittene Zwiebel und 2 bis 3 gepresste Knoblauchzähne. Dann kommen 50 Gramm Zinkenwürfel dazu, das Ganze gut in Bewegung halten. Da der Topf eine gute Antiaf-Beschichtung hat, brennt da auch so schnell nichts an. Jetzt gibt man 500 Gramm Hackfleisch dazu, ein paar Minuten braten, so dass es ein wenig Farben bekommt. Bis zum nächsten Mal. Ist es soweit, gibt man 150 Gramm in Scheiben geschnittene Champignons dazu. Pilze aus der Dose gehen aber auch. Bis zum nächsten Mal. Jetzt noch ein bis zwei Esslöffel Tomatenmark kurz mitbraten. Eine kleine Dose Pizzatomaten runde das Ganze ab. Auf rote Wein verzichte ich jetzt hier mal, aber so 125 Milliliter würden nicht schaden. Zu guter Letzt kommen jetzt die zwei Fixtüten dazu. Am besten verrührt man sie mit 500 bis 600 Milliliter heißem Wasser und gibt sie in den Topf. So ist man sicher, dass ich keine Klumpen will. So, wir verschließen jetzt die Coupe Formie. Das Ganze jetzt noch drei Minuten unter Druck garen und das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Schmeckt ihm einiges besser als nur so mit den Fixtüten. Wer mag, gibt praktisch noch Parmesan auf die Spaghetti. Ich hoffe mal das Video hat gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Aber und so weiter wäre nett. Ich sag dir mal bis dann. Tschüss. Ich expanded. Bis zur Abkommen zum nächsten Mal. Du bist Discord. Du bist frest hier auf asked. Dientes. B 서울 keyword. Deine Son. Deine Son. Teil. Vielen saç. Vielen Dank.